So, willkommen zurück zum Kampf, oder mitten im Kampf. Ähm, ich muss weitermachen. Ich darf keine Zeit verlieren. Ich will unbedingt ganz schnell nach Segras of City. Danach wird's auch etwas gechillter weitergehen. Es überlebt. Wie geht das? Sagt mir, wie das geht, Leute. Äh, auf jeden Fall... Ja, 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 alles klar. Schon wieder ein Reveave. Ich weiß nicht mal, was ein Reveave ist. Egal, ich muss jetzt ganz schnell gegen Typen kämpfen. Ah, ein Voltenzo. So, ja, wie geil, ey. Nimm mich Ayumi. Ayumi macht schnell tot. Spark, ja, super. Psychic macht dich tot. So, ja, 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 ja. Ja, gib nur mal, du oller Gentleman. Ich weiß noch früher, als ich Pokémon Blau und Rot gespielt hab und so, und noch keine Ahnung hatte, weil ich noch ein ganz kleines Kind war, da hab ich immer Gent Lehmann gesagt. Naja, egal. Jetzt fang ich mir aber das Schuppet, denn ich will's haben. So, Surfer. Und einer, genau. Ja, so, Back und Ultra Ball. Yeah, Schuppet was caught. So, da kommt wieder eine Frau, die kämpfen will. Ein Pikachu. Oh, wie süß. Pikachu ist wirklich süß. Und tot. Hehe. Naja, egal. Äh, wieso gibt's hier sowas? Hier ist doch gar nichts. Egal. Ja, 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 alle herkommen, alle kämpfen. Ach, scheiße, ey. Ich hol alle Arme raus. Blaze Kick. Cool. Das find ich gut. Schwalboss, äh, Shizuka will Aeroas lernen. Und das ist ja nun wirklich eine geile Attacke. Und Tengu List. Und Tengu List sieht sehr geil aus. Ja, Tengu List sieht wirklich sehr geil aus. Hm, so, was haben wir jetzt so? Krakelo. Fliegen. Oh, fast tot. Wing Attack. Es war so klar, dass jetzt eine Hyperportion kommt. So, was kommt jetzt so? Was? Vigo Rotto. Hm. Gesterben, gestern, gestern, gestern. Bams. Ah, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ja, 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 Handy Nummer. Zack. Watt, meine Tasche ist zu voll. Ich glaub's nicht. Super Portion. Zack. Zack. Hab ich da bestimmt noch irgendwie... Ach, scheiß drauf. Max Reveave. Keine Ahnung, was das sein soll. So, Nanabbeere. So, zack. Möp, 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 möp. Ich bin da, Segrasob City. Ja. Okay, jetzt kann ein bisschen mehr gechillt werden, was ich auch sehr gut finde. Ähm. Ja, wo geht's jetzt hin? Ach ja, hier gibt's ja irgendwie so ein... Wo bin ich hier? Pokémon Trainer Fan Club. Schön. Oh, nur Maika. Ja gut, ich würd sagen, erweisen wir Maika eine Ehre und kämpfen nochmal gegen sie. So, zur Sicherheit gespeichert. Und los geht's. Oh, hey Nils, willst du auch shoppen? Ja, ich hab mir ein paar Sachen für meine Pokémon gekauft und ich sehe sie ein Stärker geworden. Also lass uns bitte kämpfen. Tropius ist ja niedlich. So, ich mach Drachen, äh, ich mach Feuerodem, denn das kann paralysieren. Scheiße. Äh, ich wechsel doch lieber, denn mit Vibrava hab ich nicht so ne große Chance gegen Tropius. So, Blaze Kick und tot. So. Hm. Sumpex kommt jetzt und ich hab aus Versehen nicht gewechselt. Scheiße. Na gut, ich denk mal, Ayame wird es auch ohne Hilfe schaffen. Jetzt kommt irgendeine Wasserattacke. Oder Lehmenschuss. Ist mir egal. Mein Logok wird trotzdem nicht besiegt. Aber es wird langsamer, nicht gut. Und tot. So. Down. Slugma. Ja, da nimm wir einfach Sashiko. Ich hab ja auch nichts besseres zu tun. So, Mutslap. Ach, so ne schöne Attacke. Und dann mein Shadbutt. Yeah. Was kommt jetzt so? Was kommt jetzt so? Ich hab nicht gesehen. Ich hab nicht gelesen. Was kommt jetzt so? Ludi. Ein Kapaloris. Ja, das sieht auch ganz lustig aus irgendwie. Ja, dann nämlich fliegen. Was kommt jetzt so? Grohl. Bringt dir wohl nix. Tod. It's super effective. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Äh, ja. Was heißt das? Ach, so ein Museum oder sowas. So. Und da ich ja Geld ohne Ende habe, werde ich nun erstmal Sachen verkaufen und dann werde ich einkaufen. So, was brauche ich nicht? Ich brauche... Ja, das brauche ich nun wirklich nicht mehr. Ähm. Gen-Gift. Keine Ahnung. Orange Male. Das brauche ich gar nicht. Rare Candy. Äh. Revive. Achso, ein Beleber ist das. Ähm. Super Repel. Energie Powder. Verbrennungsheil. Heilpuder brauche ich auch nicht. Ja genau. Antidot hier. Vergift. Gegengift. Brauche ich auch nicht. Ähm. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Nagel brauche ich auch nicht. Ja, scheiß drauf. Erstmal reicht es. Was kann ich hier kaufen? Ah. Schön. Ha. Ah, schön. So, was kann ich hier kaufen? Aber immer noch nicht da lernen, wo ich hinwollte. Lasst mich durch, lasst mich durch. Hier wollte ich bestimmt hin, ne? Ja. So, ähm. Achso. Na ne, ich will hier ran. Dann kaufen wir gleich mal ein paar Mal die Attacken. Machen wir schnell vier Mal die hier, ne? Und zweimal Hyperstrahl. Hyperstrahl bringe ich eh kein Pokémon bei, aber ist egal. So, jetzt habe ich erstmal ordentlich Geld verballert. Ähm, ja. Blizzard. Mal gucken, wer es lernen kann. Ja, okay. Hat sich wohl erledigt. So, Donner. Wer kann das lernen? Hat sich auch erledigt? Naja, Feuersturm. Kann bis jetzt nur Ayame lernen, aber naja, das wird schon. So, das bringen wir Ayame natürlich bei. Erstmal für Schnabel. Das brauche ich eh nicht. So. Jetzt habe ich eine schöne starke Feuerattacke. Und ich würde sagen, ich mache mal einen Pokerriegel. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das macht. So, wie war das? Ähm. Was? Ich brauche eine Riegelbox. Wo kriege ich sowas? Wie macht man die... Wo kriegt man die Riegelbox? Ey, ey, ey. Ähm. Die erste Wettbewerbshalle, die war ein Grafitport, ne? Oh mein Gott, ey. So. Nein. Da habe ich schon. So. Lass mich rein. Scheiße. Das ist doch Wettbewerb, oder? Oh, wo bekommen wir nochmal eine Riegelbox? Mist, jetzt bin ich wirklich ein bisschen... Ach, wenn nicht, dann mache ich halt alles offscreen. Und naja, ihr werdet ja sehen, wenn ich irgendwann Melodic habe. In irgendwelchen Videos, oder so. Naja. So, irgendwo... Oder... Gab die mir nicht irgendwie was? Nee. Irgendeine Frau hat doch irgendwie... Oder so. Dass die mir alle nicht irgendwie... Ach, Mann. Wieso machen die alle nichts? Mann, oh. Scheiße. Warte. Hallo, da, 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 da. Genau. Na gut, dann würde ich sagen... Probier ich mir mein Bestes mit ner... Äh. Ich suche Hohenmehlwehre. Hm. Ich hab die nicht mal, oder was? Scheiße. Oder Hohenmehl... Ach, machen wir einfach erstmal miteinander, Beere. Ich weiß nicht mehr, wie das ging, also... Achso. Achso, ja, genau. Ah, ja, genau. Jetzt weiß ich wieder. Ups. Mann, die lenken mich total ab. Das ist ja schon Jahre her, seitdem ich das das letzte Mal gemacht hatte. Äh. Ja, ich will nochmal. Äh, machen wir mal mit... Keine Ahnung. Das ist die Seetangbeere und die sind gut. Die könnte ich eigentlich noch gebrauchen. Ich mach mal mit der Gräperbeere. Hä, Gräperbeere. Sorry. Ah. Nein, das war los. Nein. Zack, 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 zack. Yeah. Äh, ja. Und nur? Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal. Und ja, wir sehen uns irgendwo, keine Ahnung wo, im nächsten Video. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.